Hallo Hüchen, und weiter geht's. Raumakiez 2022 Das Bier, das ich einst hier genossen, es saßen auch dabei genossen. Es ist nicht mehr so wie es war, finde ich das nun auch wunderbar? Ich weiß nicht recht, mir kommen Zweifel. War ich doch neulich in der Eifel. Wobbswede und auch Ahrenshoop, wo mancher eine ruhige Kugel schob. Ein Bild von Udo Euroberg, selbst gemalt und auch signiert. Was bin ich doch wohl für ein Zwerg, dass Udo sich nicht mal geniert? Und Klaus fragt mich nach einem Euro. Ich geb ihm zwei und fühl mich gut. Bei allem ungerechten Teuro. Es fehlt vielleicht der rechte Mut. Im Raumakiez, da gibt es noch die Menschen mit sozialem Herzen. Der Kneiper, der Bettler und der Koch. So wenig und das bereitet Schmerzen. Im Raumakiez 2022 Und Tschüss! Und jetzt hier im Raumakiez. Du machst es jetzt so. Im Raumakiez you Riviere. Untertitelung des ZDF, 2020